Als Handwerker kann ich das tatsächlich garantieren, auch bestimmte Neutralparameter da in jedem Instrument vorhanden sind. Also es gibt ja da, sag ich mal, Parameter, die sind wertneutral. Also Klänge in Frequenzen zu bauen hinterher, also vom eigentlichen Klangbild, vom Timbre, da habe ich mir dann halt eben in den 40 Jahren auch einiges erarbeitet. Also wenn mir jemand sagt, meine Gitarre soll so und so klingen, dann meine ich, ich bekomme das ganz gut hin.